Hallo, diese Übung für die Battle Ropes nennt sich Übereinander schlagen. Entweder wird erst eine Seite über die andere geschlagen oder abwechselnd. Die Wellen müssen am Leben erhalten werden und du solltest auf gleichmäßige Bewegungen achten. Beuge dich etwas mehr nach vorne als bei den anderen Übungen. Gegriffen wird in diesem Fall von oben auf die liegenden Seile. In den ersten beiden Videos sieht man, wie erst eine Seite oben ist. In dem letzten Video sieht man dann, wie es auch abwechselnd geht. Vielen Dank.